Die Zeit ist gekommen. Noch zwei Monate, das ist lang. Die Zeichen haben begonnen. Ich hab das hier gefunden. Das ist nicht zu erklären. Die Siegel werden zerbrochen. Der Tag ist nahe. Ah! Hallo. Hi. Das Geheimnis wird gelüftet. Ich muss wissen, was das heißt. Ich muss wissen, welche Sprache das ist. Es ist wegen der Apokalypse. Sie erwarten Ihr Baby im Februar, am 29. Woher wissen Sie das? Es gibt eine ganze Kette von Zeichen, ein echter Countdown. Die Bibel ist voll davon. Eines der Zeichen müssen wir aufhalten. Aber wie, Mrs. Quinn? Wissen Sie wie? Es wird Zeit, dass du es weißt. Geh weg! Sie können nichts dagegen tun. Sie können es nicht verhindern. Dafür würdest du etwas brauchen, was du nicht hast. Aufhören! Hoffnung. Das Baby kommt! Nein! Jürgen Prochnow in das siebte Zeichen. Jürgen Prochnow in das siebte Zeichen. Ich kann es nicht verheimßu. Ich kann es nicht verhindern.